Ich bin sehr enttäuscht mit dem Spiel. Ich bin sehr enttäuscht mit dem Spiel. Was geht denn? Ich bin auf dem Weg zu euch. Masha Ram, mein Freund. Wir sehen uns gleich beim Game, Bro. Dann sehen wir uns da, Bro. Spielst du heute direkt? Du weißt es noch nicht? Ich glaube. Wir sehen uns gleich. Viel Erfolg. Ihr schafft das. Damit würde ich sagen, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder im Dortmund-Stadion. Meine lieben Freunde da draußen. Dortmund-Stadion gegen Union. Wir sind das Glücksbrinchen für die Jungs. Wir werden nachher noch Karim treffen. Erst mal ganz doll Daumen drücken, weil sie sind gerade zweiter Platz. Und sie müssen Gas geben. Oh, warte mal. Danke schön. Unten rechts, bitte. Unten rechts, ja. Und ich sehe einfach aus wie ein Clown mit meiner roten Nase. Ist das geistesgestört? So, der Seiteneingang mal wieder. Signal Iduna Park. Ich war lange nicht mehr bei dem Family & Friends Bereich, Freunde. Dort gibt es wieder die geilsten Waffeln, die es auf dieser Erde gibt. Ich bin heute Jürgen Klopp. So werden die Meisterschaften geholt. Die Jungs sind heiß. Leider Marius Wolf heute nicht mit am Start. Gerade ganz kurz mit ihm telefoniert. Der Mann ist krank geworden. Das ist wirklich beschissen. Aber wir geben trotzdem Gas für unsere Jungs. Und gerne natürlich den Kanal abonnieren. Denn 80% aus diesem Kanal haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Sehr, sehr gerne abonnieren, weil ihr den ganzen Real-Life-Stuff von mir nicht verpassen wollt. Ansonsten, wenn ihr Gaming interessiert seid, auch meinen Gaming-Kanal natürlich einfach nur Amar auf YouTube eingeben und dann abfallen. Okay, so Freunde, jetzt sind wir hier in dem Bereich, wo normalerweise nur entweder Businesspartner, Familie und Freunde hinkommen. Und jetzt gibt es hier natürlich richtig fett Abmasken. Und direkt da vorne ist der Ausgang, da geht es Richtung Spiel. Ich würde sagen, wir holen noch mal ein Getränk. Und dann geht's direkt drauf. Was für ein Getränk? Wirklich ein Wasser heute. Achso, jetzt ist wirklich, das Ding ist vorbei. Und später? Immer noch ein Wasser mit bisschen Spudel. Okay. Ist das die legendäre Waffe? Das ist die legendäre Waffe. Ich nehme dir sogar eine mit. Okay. Das ist die legendäre Waffe. Wirklich sind das das Beste jetzt. Wir haben schon viel gehört von der Waffe. Also er schwärmt davon. Ab deinen Wehle. Wie geht dein Wehle? Leute, das sind hier die krassesten Plätze, die es gibt. Wir haben leider fast fast Never Walk Alone vorgefasst. Aber, wenn wir sagen, hier ist die Stimmung wieder 1a. Und da vorne, also die Angereisten sind so großartig so schön. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Das ist die Waffe. Einfach! Einfach mal so angeschrieben werden von 30.000 Leuten. Aber das ist ein krasser Rippenpreller, der da bekommt. Aber da muss er auch rauslaufen. Einfach mal. ein Lucas aus. Einfach mal so ein baller. Also das ist, das ist, also das muss er sich einziehen. Das ist niemals ein Schwalbe, niemals. Schaut er sich nicht an, oder? Er hat komplett seinen Oberschenkel passiert. War schon beigespielt, war schon beigespielt. Da ist der Preis für mich! Und ich sag's euch, das war wegen der Band. Ich schwöre, sie haben gerade noch mal richtig Stimmung gemacht. Hühlt auf, das ist die krasste Wand der Welt. Die Spielminute 1 ist zu hoch, dort sind wir immer wieder. Dort sind wir nicht spieler mit der 1.30, Dorni! 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 Ey! Geil! Komm Freunde, 5 Minuten sind noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Eine Ecke gibt's noch, aber man sieht auch schon, in vier Ecken hat Dortmund schon geschossen, 0 Union. Union war, glaube ich, nicht einmal richtig vorm Tor. Nicht einmal richtig, zumindest. Aber dafür ist Dortmund halt leider antellig. Reinspielen sie immer richtig geil. Und wenn's dann plötzlich einen Konter gibt, dann können sie auch mal einkassieren. Digga! Aber er hat auch gut gehalten, der Torwart, muss man sagen. Stadde! Stadde! Es geht. Leute, Halbzeit gerade, aber ich will euch eine Sache zeigen. Das sind die 1-in-1-Sitzer. Die haben uns eingeladen. Und guckt euch das an. Digga, das sind die krassesten Plätze. Hier sitzt normalerweise nur der Bundestrainer. Zack, Zack, Zack! Gut, aber da sind wir eh schon bald auf dem Level eigentlich. Ich guck so, Karim spielt wie ein Weltklassespieler. Den verpflichte ich für, weiß ich noch nicht wofür, für ein Vorballteam oder so. Aber ey, Digga, das ist geil. Ey wirklich, hier sitzen nur Legenden. Auch, Digga, Comedian. Dann Kevin Großkreutz direkt neben uns. Digga, das ist... Ich komm hier gar nicht klar. Ich komm hier nicht klar. Das ist so geil. Der Halbzeit hat begonnen, Freunde. Wir sind direkt mitten im Geschee. 52. Minute jetzt gerade schon. Ist noch nichts passiert. Wir haben gerade Kevin Großkreutz kennengelernt. Sein Schwiegervater Batze Knob, seine Söhne, er ist super geil. Super, super geil. Wir gehen direkt rein. Und ich glaube, das Ganze wird jetzt 2 zu 1. Die werden gefährlich bei Kontern für Unioner. Achter Halbzeit, 0-0 gerade. Ich glaub Freiburg war das gegen Bayern. Sehr, sehr geil. Er hat ihn so in die Fresse gehauen. Ach, da, 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 gelb. Das ist auch schon wieder viel zu leicht. Es ist viel zu leicht. Viel zu, viel zu... Nee, scheiße. Da muss rangegangen werden in der Abwehr. Richtig doll, zack, weg. Und weg damit, einfach wegschießen. Das ist jetzt so. Komm Junge. Schöner. Komm. Komm Junge. Ja, ja, geil. Scheiße. Ach so, der Akku. Ja, geil. Junge. Was ist das für ein Safe? Juri, bitte. Einmal prüfen. Bitte. Team Akku. Team Akku. Team Akku. Ja. Ja. Das ist ein Krimi, ich kann das alles gerade nicht mehr. Das ist ein fucking Krimi. Wir brauchen hier drei Punkte. Ja. 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 Warum? Ja. Das ist eine Prediction. Guck. Geil. Jawohl, brand, super, Mann. Ruhle geht raus. Erholt! bank, super. Der lihat hier Mitte. Ja, 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 ja! Zwei Tomaten! Zwei Tomaten aufgelaufen! Alter, ist das laut, bro! Boah, ist das krass! Ja! Alter! Jawoll! Zauber! Ende! Geil! Ich hab's prediktet, das Amaran gelte wieder. Ich komm hierher, jedes Mal, wenn ich herkomme, predikte ich richtig. Jedes Mal! Jedes Mal! Ja, bis jetzt! Zwei eins, sag ich! Zwei eins, komm! Sauber, ist perfekt! Ey! Beste Laune hier im Stadion! Die Leute haben nochmal richtig Gas gegeben! Die ganzen Fans, jeder ist hier die ganze Zeit aufgestanden, hat nochmal richtig mitgeschrieben. Der Schiri hat wirklich zwei Tomaten auf den Augen gehabt. Scheiß drauf! Wir nehmen die drei Punkte mit. Ich bin gespannt, was Bayern jetzt abgeliefert hat. Und jetzt gehen wir nämlich nochmal in die Lose und lassen euer Trikot unterschreiben von Karim hat die Emi. Abweich! Abweich! Wie beim Dodgeball Event, Digga! Welche Kurve war besser, Bro? Deine oder? Boah, ich weiß nicht. Die 30 Ultras von uns oder die 30.000 hier, weiß ich auch noch nicht. Wo ist der Karimann? Ehrenmann, Digga! Sehr korrekt! Das hat er mir eigentlich versprochen, Digga! Ehrenmann, Digga! Andri! Ich komme aus der Schweiz! Aus der Schweiz natürlich! Mein Zirkeli! Das ist das erste Mal! Ja, ja, ja! Und? Schön, ne? Wir haben noch dich gesehen! Wer hast du denn? Wer hat denn noch gesehen? Adi Ebi! Das ist ein bisschen aus wie Solution. Er hat sogar gerade hier so eine Nachricht bekommen. Solution ist gerade live gegangen. Er sieht dich schon ähnlich, aber halt in dünn! Wir müssen mal schauen, ob wir uns da irgendwie reinschleisen können. Gabi, los! Du warst bei 1&1 drüben? Ne, ich war, äh, hier. Ich war da, wo der Bündnis gerade gesitzt. Entschuldigung. Wie kann ich ihn in einer Lose vermuten? Wie geht das? So, das geht hier nicht so anzeptieren. Oh, ja. Hab ich's nicht. Das war das nicht. Echt geiles Druck, oder? Alles gut? Du hast gezaubert, Digga! Das ist so krass, ne? Digga, wie macht er das immer? Wie machst du das immer? Alles vorbereitet. Ich hab ne Bauchladen. So. Wo sind die Karten? Digga, er hat immer die Karten dabei! Er hat immer die Karten dabei! Guck dir an! Er ist sogar frisch verpackt. Beweis. Wieder mal der Beweis. Wir faken nichts, ne? Hallo, mein Freund. Wie geht's euch? Warum bist du groß heute? Bei dir? Wie geht's dir? Hey, Völkerball, war krass, oder? Wahnsinn, Wahnsinn. War krass, oder? War nicht krass, oder? Du warst das schlechte? Nein. Ich schwörre es dir. Du kannst safe nicht mal einen Ball werfen. Doch, Ball werfen kann ich. Unbeweglich, weißt du, lange haxen. Digga, mit Beinen bis hier. Digga, seine Beine gehen bis hier. Wie traurig bist du? Das sind gute Jungs. Digga, das ist aber auch so unnötig schon. Das ist aber auch so unnötig schon. Ein Verkaufsgespräch mit Dauer für Senna, aber... So, Freunde, und jetzt eine Sache nicht vergessen. Hier gibt es direkt ein Gewinnspiel 1&1. Mein Partner hat euch das zur Verfügung gestellt. Mal wieder, ey, die sind unten direkt verlinkt. Karim Edadiemi hat richtig, richtig geil heute gespielt und hat das Trikot gerade eben nochmal selber unterschrieben. Seht ihr zum Schluss des Videos. Mega geil. Das Einzige, was ihr machen müsst, den Kanal abonnieren, das Video teilen, unten in die Kommentare reinschreiben, was euer Instagram-Account ist und natürlich reinschreiben, ob euch der Vlog gefallen hat. Wäre ja BVB und hoffentlich werden die natürlich Deutscher Meister. Folgt mir auf Instagram, AmarTV. Mach's, Kamerad, wie spät kommst du eigentlich? Ach, okay. Nein, mach gerne. Wow, du siehst so hübsch aus. Wie spät kommst du? Ey, es ist dieses Two-Piece, was so ineinander geht. Fass mich nicht an. Don't touch me. Das ist so krass. Don't touch me, Alter. Das ist ehrlich krass. Danke. Warum zu spät? Hä, ist Fußballer doch wichtiger? Sehr geil, das ist Stau. Stau Dortmund, Köln. Und das sind die Ausreden, die in Amars Leben passieren. Schäm dich. Habt ihr ein schönes Handballturnier gehabt? Ne, war gar kein Handball. Dodgeball. Dodgeball. Ja, natürlich hab ich gewonnen. Gewonnen? Ja, für dich hab ich gewonnen. Wie geht's dir? Gut. Hast du Bock auf die Show? Wenn du heute nicht mitkommst zum Döner essen, dann bin ich sehr enttäuscht von dir. Ich komm. Wann ist durch? Wirklich. Wann ist durch? Ja. Null Uhr. Ich komm Döner essen. Okay. Okay. Wuhu. Ehrlich. Laura Vontora, hey, wow. Schaut euch mal diese schöne Moderatorin an hier. Wow. Ich krieg keine Worte raus tatsächlich gerade. Bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt ein bisschen? Ja, der kommt damit nicht klar. Oh. Hallo. Schöne Armbänder. Danke. Danke. So, geile Show, ne? Ja, wird gut. So, viel Spaß dir Bruder, ne? Auf ne wunderkommst du. Heute bist du ein bisschen später gekommen, ne? Aber wir sehen uns da gleich. Das haben wir letztes Mal, by the way, schon angeschaut und dann hat die Stylistin schon gesagt gehabt, super Dame, by the way. Sie hat sich schon gesagt gehabt, ja das geht dann so ein Two Piece, das ist dann genau eins zu eins und so. Das ist schon krass. Jetzt sind wir da heute und im Finale dann auch schön, vielleicht Anzug, wer weiß. Boah, Anzug wäre krass. Mit Käppi? Mit Käppi, normal. So auf Sneaker, so diese flachen, diese weißen, flachen Sneaker, Käppi. Ja, genau. Test. Das heißt, wenn ich heute reinkomme, wenn Arma nicht ganz laut mein Name schreit und aufsteht. Hab ich das mal aufgemacht? Ich kontrolliere. Hab ich das mal aufgemacht? Nein, nein, das war zu wenig. Okay. Okay. Okay, wir machen einen Deal. Wenn ich rede, musst du einmal ganz laut schreien. Ich liebe dich. Okay, mach ich. Und ich sag dann Arma, ich dich auch. Echt? Warte, ich möchte, dass du das währenddessen du trägst. Ich glaube, mein Handgelenk lässt es nicht zu. Aber jetzt ist das okay. Bruder, das krieg ich nicht hin. Was soll ich hin? Bruder, du hast ein Haft. Ach du Scheiße. Handgelenk wie Vierjähriger hast du? Ach du Kacke. Junge, was ist das denn? Oh mein Gott. Aber nicht nach dem ersten, sondern nach dem letzten Urteil. Wenn der letzte Kandidat ist, wenn ich dann rede, dann schreifst du. Dann schreie ich? Ja. Okay, ich schreie. Aber auf Süd. Ich schreie einfach. Pietro, ich liebe dich. Ja? Aber wenn es so ganz leise ist, so alles. Ja, ja, alle sind so ruhig. Alle warten so, alle warten so. Und bevor du anfängst zu reden, bevor du anfängst zu reden, ich sage Pietro, ich liebe dich. Ich sehe kein Schwarz-Weiß, ich sehe alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen. Sag die Wahrheit, musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times. Ich sollte alles gern sein. Gucci und